Heute gibt's mal wieder eine Wer-Verlässt-Challenge, aber mit Helikoptern. Die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Man muss es mit einem Helikopter ins Late-Game schaffen. Wenn dein Heli kaputt geht, brauchst du dringend ein neues. Und im Late-Game darfst du dich nur heilen und keinen anderen angreifen. Der Gewinner bekommt übrigens 300 Euro. Und falls du mich supporten möchtest, dann drück auf den Like-Button, sodass wir vielleicht 5000 Likes schaffen. Ach ja, und vergiss die Glocke nicht zu aktivieren, um keine weiteren Experimente oder Videos zu verpassen. Monkey Negro, bist du bereit? Komm mit, Junge, let's go! Okay, Freunde, wir werden hier oben landen. Stani wird irgendwo unten mit seinem Teampartner landen. Und ich sehe eh schon kommen. Und ein 31er wird versuchen, meinen Helikopter zu klauen. Und ich hoffe, da ist überhaupt ein Helikopter. Weil manchmal spawnt da nichts. Die brauchen auf jeden Fall Reparatur-Tool, Reparatur-Tool und Benzin-Kanister. Ich sehe noch keinen Heli. Ich sehe keinen Heli, du. Der Helikopter ist einfach dort hinten, einfach auf dem Dach. Nein, der Idiot geht da hin. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Oh, oh. Ich versuche einfach einzusteigen. Komm, 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 perfekt. Ja, ist klar. Ich werde einfach wegkatapultiert. Einfach wie so eine Bananenschale. Einfach wie so eine Bananenschale weggeschmissen. Noch nicht, Bro. Noch nicht. Es hier hat verloren, Alter. Ist das jetzt nicht? Nico hat es geschafft, Leute. Nico hat es bekommen. Let's go, Bro. Abhauen, abhauen. Nico, Alter. Einfach, ich wusste doch, du bist einfach der Auserwählte. Was ist mit dir, Fischkopf? Ist das ein Streamsnapper? Du kriegst erst mal einen auf die Rübe, weil Bananen und Fische arbeiten nicht zusammen. Boah, Saranker, kommst du weiter wie ich? Okay. Nico, wir müssen jetzt erst mal uns selber früh machen. Das ist ganz wichtig. Lass mal irgendwo hingehen, wo uns keiner stört. Vielleicht können wir dort landen. Erstmal aufhören zu tanzen, Fischkopf. Es reicht. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Der will nicht aufhören zu tanzen. Kommt rein, kommt rein. Guck mal, ist das so eine Kiste, Saranker? Mach mal auf. Guck mal, wie er am Tanzen ist. Das reicht doch jetzt. Fisch in meine Ohren. Kommt rein. Kommst du auf einmal her? Nico, komm schnell. Wir gehen jetzt schnell einmal tanken. Oh, nochmal einen Benzinbehechter gefunden. Ganz stark. Aber tanken brauchen wir noch gar nicht. Guck mal, wie die alle herkommen, Leute. Wo kommt die auf einmal alle her? Fisch, ich muss dich töten. Tut mir leid. Das geht mir jetzt echt aus. Ich komme hier nicht durch wegen dieser Hitbox vom Helikopter. Nervensäge, ey. Monkey, Niki. So eine Nervensäge. Auf einmal fünf Jahre am Tanzen. Überleg mal, wir überleben in der Zone. Und dann rennen wir rein. Oder fliegen rein. Wir sind zu viele. Komm, komm, komm. Das ist der Plan. Okay. Wir haben auch noch ein Fleisch von denen. Stark. Kommt alle rein. Anscheinend hat Stani auch ganz viele Stream-Sniper bei sich. Wir haben auch Stream-Sniper. Hier sind keine. Stream-Sniper, ihr wisst, was zu tun ist. Was? Was willst du sagen, Stani? Ich arbeite mit Stream-Sniper nicht zusammen. Ach so, du arbeitest nicht zusammen. Hat man ja gesehen in den letzten Runden. Ja. Aber Stream-Sniper, ihr wisst, was zu tun ist. Aber Stream-Sniper, ihr wisst, was zu tun ist. Es besorgt uns richtig geilen Stuff. Nico, komm. Wir fliegen schon mal weiter. Und Stream-Sniper distanziere ich mich persönlich sehr. Wir müssen zum nächsten Tankautomaten. Zur nächsten Tankstelle. Die sollten aber vielleicht die Sache langsamer gehen. Okay, die Angeln, die gehen komplett wahrscheinlich auf Heal-Off. Was sagen wir? Radius von Wifi-Metern? Ich würde sagen, Helikopter darfst du nicht verlassen und einen größeren Radius als 30, 40 Meter haben. Wie? Jetzt soll mein Helikopter nicht mehr verlassen, oder was? Doch, kannst du. Aber du musst immer in der Nähe bleiben, damit er auch nicht verschwindet. Auf plötzlich magische Art und Weise. Alle, Jakob. Man kennt ja so ein paar Sequenzen und Geschichten, dass Helikopter plötzlich verschwinden, wenn du zu weit weg bist. Alle, Jakob. Problem ist, wenn wir jetzt da hingehen, könnten wir eventuell von oben attackiert werden. Da oben sind auch welche. Die hören ja auch zu uns. Leute, denkt mal an Kanister. Cool, cool, cool Kanister. Boah, wie viele Stream-Sniper in dieser Runde sind. Ganz krank. Okay, Nico, du weißt, was zu tun ist. Du musst ganz viele... Da ist sogar ein Lamy. Hört nicht mal das Lamy. Hey, hier werden keine Lamy. Da ist eine Banane! Okay, Nico, du weißt, was zu tun ist. Vielleicht bekommen wir dadurch Reparatur-Kit. Und tschüss. Was kommt da raus? Sprengler, Mänkler, sowas. Kann man eigentlich ja mitnehmen. Für alle Fälle. Ich glaube, ich nehme noch... Ah, komm, die Fische. Oh, der hat Fische für uns geholt, Leute. Wie heftig ist der bitte? Mach mal so rum. Boah, wir haben so viele Kanister. Kanister reichen. Wir brauchen nur noch Reparatur-Kutur. Ey, aussteigen. Ich bin unser Pilot. Einmal bitte aussteigen. Türen öffnen links. Ey, du musst aussteigen, Junge. Aussteigen, Pilot. Nein, du hast unseren Helikopter kaputt gemacht. Ja! Jetzt haben wir den Salat. Was jetzt? Ja, Bro, du kannst jetzt... Hammer, weil du damit geflogen bist. Ja, oder du besorgst einen anderen Helikopter noch schnell. Kriegen wir noch einen anderen Helikopter irgendwo? Wie kriegen wir noch einen Helikopter her? Ja, danke, dass du alles kaputt gemacht hast. Hm. Hey, fehlt doch einer. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Hier sind so übertrieben viele Streamsniper. Ich hoffe, das war kein Streamsniper, der das kaputt gemacht hat. Ich weiß, dass das eine Rakete war, aber er ist in die Richtung geflogen. Ich wollte gar nicht in die Richtung. Doch, doch, das ist ein guter, das ist ein guter, das ist ein guter. Wir müssen jetzt noch einen Helikopter finden. Ah ja. Guck mal hier, ob da... Bei Camp Cuddle gibt es noch einen zweiten. Ob da nichts Reparatur-Tools drin sind. Hm, wie kriegen wir noch einen... Wie kommen wir jetzt noch an einem Helikopter ran? Warum geht eigentlich keine Tarnung auf den Helikopter, Leute? Was ist das denn für eine Scheiße? Also das verstehe ich irgendwie nicht. Das... Hier ist sogar noch ein Reparatur-Kid... Bei mir wird eine Tarnung angezeigt. Bei mir wird keine Tarnung angezeigt. Was ist das denn? Ist bei Camp Cuddle nicht noch eins? Mal gleich. Ich sehe aber gar nichts. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Reparatur-Kit suchen. Guckt mal hier vorne auch bei der Tankstelle. Oh, shit, 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 shit. Da ist noch eins! Nein, ihr habt Zaran-Kang gekillt. Oh mein Gott. Ihr müsst die anderen killen. Ihr müsst die anderen killen. Komm runter! Wir haben noch eins gefunden, Leute. Das heißt, wir sind noch drin. Wir sind im Game drin. Da ist ein Reparatur-Kit hier. Reparatur. Hier ist ein Reparatur-Kit. Nimm das mit. Ehren-Mann. Ben, wer bist du? Du wirst für immer... Ja, ich belebe dich hier. Du wirst hier in Ehre weiterleben. Um das Reparatur-Kit mit dir, Alter. Niko, komm mit. Ab jetzt full Concentration. Hast du ein Reparatur-Kit? Wenn ja, steigt nochmal aus. Wenn du keins hast, dann bleib drin. Dann gebe ich dir später in der Zone eins. Hier, wir müssen aufpassen. Da schießt jemand auch vor uns. Er wusste nicht, wer du bist. Ab jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Wir vertrauen jetzt keinem mehr. Wir gehen erstmal rüber zu den Jungs und gucken, was die machen. Ja, einer hat ein Reparatur-Kit mitgenommen. Nice. Kommt rein. Ich gehe zur Zone. Ich gehe zur Zone. Bro, wir sind full im Helikopter. Wir sind full. Wir sind full. Wir sind full. Wir sind gerade vor uns. Reparier mal, Helikopter. Niko, du musst gleich weiterfliegen, ja? Du fliegst gleich und ich sorge dafür, dass unser Helikopter immer geheilt wird. Wir müssen einmal tanken, Jungs. Einmal tanken. Tanken müssen wir auch. Die schießen auf uns. Oh, wir haben zwei Reparatur-Kit. Überall Gegner bei uns. Sehr gut. Einer muss tanken, wenn es geht. Lass mal rüber. Vielleicht finden wir noch einen Benzin-Behälter oder so. Oh, es geht sogar während des Fliegens. Geil. Sehr gut, Jungs. Sehr gut, Jungs. Ihr zwei habt keinen Benzin-Behälter bei euch, oder? Ben, du musst gleich leider aussteigen. Nicht, dass wir rausgekickt werden. Ja, wir haben noch einen Heli gefunden. Hier in Rift rein. Schaffen wir es noch in Rift rein? Ja, da ist noch eins. Danke. Wir müssen gleich nämlich aussteigen. Kurz nochmal High-Ground tun, Freunde, damit wir auf der sicheren Seite sind. Okay, Nico, Platz wechseln. Kann ich das benutzen? Hä, da passiert nichts. Komm, wir können hier noch die Splashies mitnehmen, Jungs. Die Splashies hier unten einmal. Ich kann das jetzt nicht benutzen. Warum geht das nicht? Hä? Nico, weißt du, woran das liegt? Ich heim mich so lange. Ich kann nicht rausschießen manchmal. Das hatte ich auch schon gehabt, Bro. Die Kopter, das haben die anders gemacht. Man kann doch nicht mehr... Muss man aussteigen und das machen, oder was? Warte, warte, warte. Wir kriegen das hin. Warum geht das nicht? Bisschen hier mitnehmen. Jetzt geht's, jetzt geht's. Warum geht das aber nicht, wenn ich da drauf bin? Okay, wir müssen Benzin-Behälter suchen. Nico, hast du eins? Du hast keins. Okay, komm, wir fliegen weiter. Let's go, let's go. Ist da hinten noch was Blaues, was wir mitnehmen können? Repertur geht? Nein, ist auch so ein Zelt einfach nur. Jungs, 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 hier. Ich glaube, ich habe euch noch hier Benzin-Kanis, da was die tanken können während der Flugfahrt. Du weißt, was zu tun ist, Nico? Nimm mal zwei mehr, nimm mal zwei mehr. Da liegt noch einer, oder kannst du nicht mehr? Du weißt, was zu tun ist. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Liegt da noch eins? Haben die eins gedroppt? Ihr seid so ne Noobs, Junge. Nimm vielleicht die Harpune mit, die können wir auch brauchen. Dann gehen wir gleich nochmal ein bisschen fischen, Bro. Nimm das mit. Freunde, Freunde, Freunde. Die brauchen auf jeden Fall noch einen Benzin-Behälter. Such mal hier eins. Hier ist doch safe noch ein Tank. Wir müssen noch gucken, Leute. Ja, nice. Repertur-Kit, nimm mit. Wir müssen eigentlich auch immer darauf achten, dass wir über 100 Papier haben. Hier an der Tankstelle, hier ist hier noch was, Jungs. Hier an der Tankstelle. Über 1400, meine ich. Komm mit, komm mit. Eins reicht sogar vollkommen. Kannst du das tanken direkt? Kannst du uns schon tanken? Tank uns mal, Bro. Ich glaube, unser Heli ist verpackt. Nee, jetzt geht's. Guck mal, Leute, unsere Leiste dort rechts wird full gemacht. Ganz stark. Wo sind die anderen, ist die Frage. Steini ist noch da oben. Da hinten sind welche. Da hinten sind... Ich muss abhauen, kurz noch an kann. Dann schießt welche über uns. Mach full, mach full, mach full, mach full, Bro. Stark. Baut da jemand Lego oder was ist das? Das ist Tetris. Alter, Beide, Kooperation Tetris. Ich würde sogar sagen, wir gehen nach Aushalp, versuchen da noch was zu finden. Boah, da ist einfach ein Gorilla auf dem Boden. Was macht der Affe dort? Ja, ja. Hm. Irgendwo muss doch noch ein Benzinbehälter sein. Ist das da hinten eins? Nee, das ist eine Bank. Ey, einer von euch schießt auf uns. Das ist doch scheiße. Das ist doch eben so. Das ist doch jetzt. Das ist heute rum, Leute. Das ist heute rum, der Noob. Ja, hey, ich kann doch auch meinen Leuten sagen, dass sie auf euch schießen. Das macht doch gar... Was ist das für eine dumme Challenge, Standi, wieder? Standi hat noch nie den Begriff von einer Challenge verstanden. Schade. Oha, 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 Bro. Ist das hier los? Können die zu uns? Nee, können die nicht. Ja, ja. Gucken wir mal, ob da vielleicht noch ein Reparaturkit ist oder irgendwas. Nee, da sind auch welche. Das sind welche. Oh mein Gott, jetzt sind überall welche. Ich gehe ganz hoch. Ich gehe jetzt ganz hoch. Wir haben eh noch genug Sprit. Tanken, du musst tanken und reparieren, tanken und reparieren. Hast du noch Benzin-Nikro? Benzin, das ist mit dem Riebe so overpowered. Wir müssen dorthin. Okay, wir gehen dorthin. Das ist so overpowered, Bro. Das ist aber auch welche. Ich versuche nicht zu boosten. Oh mein Gott, du musst ein, du musst ein, du musst ein, du musst ein, du musst ein. Halte gegen, halte gegen. Das ist so okay. Wie viel, äh. Ja, wir warten erst mal hier, wir warten erst mal hier, Bro. Wir müssen da weg, komplett in die andere Richtung. Oh mein Gott, wie haben wir das Post geschafft, Bro. Wir sind so krass. Nico, ich gebe dir gleich ganz viel Heal. Guck mal, das Ding ist, wir spielen das alleine. Stani rennt hier mit 20 Stream-Snipern rum. Bro, rät das doch nicht wieder schlecht, Alter. Bro, ist aber einfach Fakt, ist doch einfach Fakt, Digga. Ich kann nicht lenken. Irgendein Bug wieder. Nur weil niemand mit dir zusammenspielen will. Doch, ich habe doch extra gesagt, die sollen runtergehen, damit das fair ist. Ich bin halt nicht so eklig wie du und spiele immer so unfair. Hier, Bro, heilig. Das ist so geil, Alter. Die Frage ist, wo finden wir eins? Guckt euch die Ehrenmann an, Leute. Wir sind so overpowered mit dem Heli. Wir sind so overpowered mit dem Heli. Wir sind so overpowered mit dem Heli. Oh, hier, bestimmt, Bro. Hier, hier, hier. Lass mich hier nochmal kurz gucken. Ganz langsam runterladen. Kann die Rassen aus, Digga, mal klar, Leute. Ey, Ehrenmann. Kannst du uns das vielleicht stoppen, damit wir das in der Hand halten und nicht so eklig wie Stannis spielen? Ja, ich gehe weg, alles gut. Guck mal, wie schnell das mit Repariert voll ist, Bro. Das ist so OP, ne? Äh, das ist so OP. Du hast auch noch einen Benzinbehälter? Und das Ding ist, wir können halt aus den Rändern-Distanz ganz schnell gehen, weißt du? Das ist das Gute. Hm. Ist auch leider leer. Da ist noch einer. Komm mit, Nico. Oh, ich habe jetzt die Heli gleich weg. Unser Heli ist leider... Du musst unser Heli reparieren, Bro. Ass you down. Ass you down. Noob down, noob down. Okay, lass abhauen. Noob down. Mayday, mayday. Bro, was die machen, Leute? Guck dir das an. Die haben ihre Sitze rausgeholt. Wie geil ist das denn? Wie das aussieht. Der ist da oben. Der chillt da oben. Bro, ich mache hier ganz gemütlich, sage ich dir ehrlich. Was machst du denn in deiner Zone, Junge? Du siehst ja gar nicht durch. Halt deine arrogante Klappe jetzt. Ich werde dich so fertig machen in dieser Challenge. Ich hoffe, du wirst einfach gleich rausgekickt aus der Runde. Guck mal, wie viele Leute er bei sich hat. Ich hoffe, du wirst so rausgekickt. Ja, komm, geht alle da down. Geht down, geht down. Ey, Jungs, tanken, 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 tanken. Tank du auch noch ein bisschen, wenn du einen Tank hast? Stark? Damit wir immer full sind. Die Möhre voll. Oh mein Gott, komm, ich stelle das dir. Ich stelle das dir. Die Möhre ist leider voll. Ja, sehr gut, Jungs. Voll. Der Eimer können wir reparieren kurzer. Leute, komm, komm, komm. Das wird jetzt interessant. Jetzt ist die Phase erreicht, wo es wirklich interessant wird. Ich gehe mal davon aus, er mit seinen Streamsnappern hat Safe noch so ganz inventarvoll mit Reparaturkid. Mit weiß, dass ich was. Ich glaube, am Ende müssen wir uns gegenseitig crashen. Ich bin gespannt. Warum schießen wir auf uns? Was ist das, die da? Guck mal, die fliegen in die Zone rein, die Idioten. Oh, oh. Nee, gar nicht. Ich muss aufpassen, einer hat einen Heavy-Sniper und die macht 600 Damage am Dings. Aber die werden gerade angeschossen, das ist das Gute. Guck mal, wie die nur auf uns gehen. 20 Leute in so einer Zone, was ist da los? Okay, bei ihm sind wahrscheinlich 10 in einem Helikopter drin. Machen GTH-Taktik. Der eine trägt den anderen. Hm. Okay, Leute, 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 Leute. Wer wird hier als Sieger rausgehen? Auf, auf mich zu schießen. Vorher ich hier meine Fassung verliere. Stark, Nico, machst du richtig gut. Danke, das geht. Danke, das geht. Danke, das ist leer. Sehr gut, sehr gut. Nico, 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 Nico. Fahr du weiter, fahr du weiter. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Habt ihr noch ein Reparatur-Kit? Wir haben keine mehr. Scheiße, wir haben kein Reparatur-Kit mehr. Ja, es geht, glaube ich, schlecht. Geh runter, geh runter, geh ins Wasser, ins Wasser. In die Nähe vom Wasser. Ja, wir kriegen eine eingehende Rakete ab, bro. Wie lächerlich. Alter, die schießen mit Raketen. Die rassen vor uns. Die rassen vor uns. Ins Wasser, ins Wasser, ins Wasser, bro. Oh mein Gott, reparieren, Jungs. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Krass, irgendwie, ich hab echt das Gefühl, die sind alle nur auf uns gegangen. Keine Ahnung, so unnötig. So unnötig. Ja, wir leben noch. Ah, schön für euch. Wir leben noch, bro. Jungs, tanken einmal. Komm, die Kunden, die einfach alle hops, bitte. Nein! Hä? Eingehende Rakete? Ja, der rusht mich jetzt. Ja, ich kann nicht sagen, ich kann nicht ausweichen, glaube ich. Oh mein Gott, die sind richtig sauer auf uns. Die sind richtig sauer, Alter. Die sind so sauer auf uns. Oh mein Gott. Die sind richtig sauer. Kurz, weil ich dann zu Hause reingegangen. Tut mir leid, Standing, dass ich ohne Klopfen weiter reingehe. Ich glaube, das ist das heißt, mir. Aber ich habe noch eine Reparaturteile, ne? Raus, 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 raus. Einfach ein Überlebenskünstler-Stream wieder. Nein. Ich habe es nicht geschlossen. Nein. Ja! Ich habe einfach voll Stanley überlebt. Oh mein Gott, du bist eine Sekunde vor mir down gegangen, du Loob. Mit deinen 20.000 Streamsnappern, die alle auf mich geschossen haben, die ganze Zeit schon. Rakete auf mich und alles, du ekliger 31er, geschiebt dir sowas von recht, Junge. Einfach, du one, bro. Jetzt ist es ein Quid. 300, du, 300, ich, Digga. Dass die auf uns gehen und nicht irgendwie gegen andere Fighten, Alter. Oh mein Gott, du 31er, letztes Junge. Nehmen wir doch andere Teams sogar. Und die gehen auf uns. Holy moly, das war anstrengend, diese Challenge. Zu viele Streamsnapper. Leute, lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.